Assalamu alaikum. Die nächste Frage ist, ist das Bid'a nach dem Gebet Dua zu machen? Dass man sagt, assalamu alaikum, assalamu alaikum, dann hebt ihr die Hände und macht Dua. Grundsätzlich kann man zu dieser Sache nicht sagen, dass es eine Bid'a ist. Außer man sagt, die Person, die das macht, sagt, das ist Sunnah, das sollten wir machen. Weil es gibt eher Anzeichen dafür, die Beweislage spricht eher dafür, dass das Bid'gebet nach einer guten Tat, besonders nach dem Gebet, stärker ist. Dass es stärker ist, dass er angenommen wird. Aber dass man eben diese Problematik vermeidet, dass man das ständig macht, ist besser, ab und zu machst du es, ab und zu nicht. Also nicht nach jedem Gebet, besonders nicht nach jedem Pflichtgebet, das immer so zu machen und das so hinzustellen, also ob das zum Gebet gehört, das Sunnah gehört, dann kommt man aus dieser Problematik raus und dann hat man nicht die Problematik von der einen Seite und von der anderen Seite. Das meine Nasirah bezüglich dessen. Barakallahu alaikum.